ein neuer tag bricht an in minecraft hardcore und wenn ich mir das so angucke ist es jetzt tag 23 quasi tag nummer 22 so zucker wo nehme ich mit ja und zur endermans suche leider gottes ist sie erfolglos zu ende gegangen ist viel zu früh tag geworden oh man gut wir können gucken vielleicht dass wir glück haben und hier ist zufällig noch irgendwo endermann unterwegs aber sieht nicht so aus wir sind zu spät gekommen na gut freunde es hilft nichts kein trübsal blasen wir haben job zu tun wir machen uns jetzt dann gleich auf in die neta festung und werden dort lohnrouten fahren und zwar nicht so wenige die brauchen wir einerseits für unsere ende augen zum anderen brauner die für sag schon hier weißt du ding ding dong ich trinke oh man ja ich habe momentan so ein bisschen heus schnupfen deshalb nicht wundern wenn die rotzimmer kurz durchs mikro läuft ne schnüff ich mag sowas es hätte so schön sein können wir hätten jetzt dann ach nee verzaubern müssen wir noch und halte eingebauen wir noch also ich gesagt wir können los machen und uns am drachen versuchen ich meine es gibt immer die möglichkeit sich noch besser auszurüsten noch bessere zauber zu machen und noch größere tränke zu braun aber ganz ehrlich irgendwann ist es einfach nur noch struktur biedel monoton und langweilig deshalb ja sobald es geht jetzt ratzfatz dem drachen den kopf abschlagen dann eiklauen und nach hause zurückkehren was bleibt was ist denn hier los sag mal ganz ganz eigenartige sachen passieren hier so ich werde ich komme zurück und es ist dann mitten in der nacht und dann machen wir uns auf einen enderman zu suchen und dann ja war es auch schon gewesen weil es dann wieder tag wurde habt ihr gesehen mein boot war quasi vor mir irgendwas leckt hier ziemlich das seltsam naja nein okay so tief ist das zum glück nicht so gut portal ist frei jetzt bin ich mal gespannt wir hatten das letzte mal hier kumpel schwein getötet also so ein schweinepriester ob die uns jetzt leiden können wir nicht dann wird es ja brutal so ich weiß jetzt nicht ob ich quarz brauche ich nehme es einfach mal mit der level halber ich habe ja eine werkbank habe ich mit aber ich habe nur einen verdammten stein tagschen habe die hälfte vergessen mutti ich bin wieder da was man nicht im kopf hat hat man den beinen bla 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 das übliche so hier müssten wir eigentlich noch genau steinspitzhacken an mass haben die nehmen wir uns mal mit die eiserne lassen wir hier halt 1 2 3 4 dann reparieren wir mal ganz kurz die rüstung dass die wieder auf dem neuesten stand ist da fühle ich mich zumindest schon mal sicherer weiß aber passt irgendwie lustig hat was erinnert mich so an die alten games so jetzt aber hinab hinüber wie auch immer so glowstone glowstone staub dort oben zum beispiel wenn ich mich hier jede menge von abbau kann ich mir ihr mögt mich ihr mögt mich zumindest ein dingsbums hochbauen ein kleines plateau na doch sollte gehen muss ich halt hier ein bisschen mehr abbauen dann haben wir die sache mit glowstone staub schon mal abgeklärt sollte dann eigentlich auch in der theorie genügen in der festung müssen wir gucken nach lohnruten und nähterwarzen und für nähterwarzen brauchen wir dann auch noch mal das gestein deshalb baue ich hier gleich mal ein bisschen mehr ab dann können wir bei uns im keller eine kleine nähterwarzenfarm anlegen so und garst wäre jetzt sehr uncool kaum sprichst du von dem teufel solange mir fern bleibt ist alles cool so ich nehme so viel mit wie es geht oh da hinten ist er ich habe natürlich keinen bogen mit schnell ausrüsten falls wir fliehen müssen so ich glaube das sollte dann auch schon genügen was wir da so ein staub haben ein stack sollte reichen dicke was wollen wir mit einem ganzen stack glowstone äh heiltrinken ja gucke dicke ich gehe jetzt trotzdem noch nach unten wenn wir es schon mal haben äh wenn wir es schon mal abgebaut haben ist ja jetzt natürlich die frage fuck wo geht es denn wo geht es zurück das war hier irgendwo ähm nicht verlaufen haben mein freund lord regent uncool ist haha wie gut dass ich so abnormale sachen baue ok quals lasse ich jetzt erstmal oh nein ich habe keinen bogen mit verpiesel dich ist ja ungeschickt wenn er jetzt hier drauf schießt ich möchte nämlich gerne nicht sterben so kurz vorm ziel so genau das war ja so ein bisschen verwirrend gebaut und da haben wir auch schon den lohn spawner bin ich denn da reingekommen irgendwie so ne so jetzt könnte er spawnen oh nein ohne bogen habe ich doch eher weniger chancen aber wie gut dass ich alles töte was mir über den weg läuft so pass auf ha 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 damit habt ihr nicht gerechnet hoffe ich doch nein jetzt wollte ich gerade wie bei seven days to die hier einfach mal ach gucke hier äh den bogen wieder wegstecken aber das ist ja nicht so wirklich möglich hey 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 wo bist du hin Kumpel yes du magst mich ich hasse es wenn es hier brennt lass das und ich hasse es noch mehr wenn ich brenne lass das so zwei lohnruten macht vier staub ne ja ja brauchen wir noch mehr oh man das ist so lustig auf manchen servern ähm ist es ja so dass öfen und kisten und so weiter dass du die privat machen kannst und dann gibt es leute die dann in den nether gehen sich dann hier einen lohn spawner nehmen und dann außen drumrum überall äh öfen bauen damit das quasi ihr persönlicher spawner ist und das finde ich dann schon wieder scheiße aha so warte ich baue hier mal eben die ketten ab damit ich da leichter hinkomme so bleiben hier die nächsten mein freund schnell was futtern vier wird langsam so ich weiß nur noch nicht ganz wo ich die netherwarzen finden soll ich meine klar in der netherfestung ja aber oder mir bleibt ja quasi nichts anderes üblich als gang für gang durchzueiern ab und zu mal gucken nicht dass hier ein wisserskelett irgendwo auftaucht boah bist du mich verarschen okay lasse kommen denkste natürlich keine lol äh lohntroute hinter mir wenn sie kommen schaue ich natürlich alt aus hoh ha hu ha alter hu willst du mich verarschen so und das sind schon wieder die nächsten oh nein ich glaube ich will gerade ein bisschen zu viel ich verschanze mich mal wie fahren wir denn sechs stück so man muss sein gegner auch mal ein bisschen ausstücksen können so na komm her wo ist denn der so ich sollte hier vielleicht wieder zu machen dass ich hier ein skelett höre das beruhigt mich mal ungemein gar nicht okay wasser einmal ist eh useless ich sehe den typen nicht so haua so du noch und dann es ist Zeit dass ich einen Neterwarzen suche so in der ups in der Theorie ist es gerade Nacht oh alter erschreck mich nicht in der Theorie ist es gerade Nacht und wo kommen denn die ganzen Logen jetzt her verflucht ich habe noch fünf Minuten wenn ich auf das Zeitliche gucke so hier schön die Fackeln platzieren nichts ist schlimmer als wenn ich mich hier verlaufe du magst mich okay oh nein jetzt bin ich hier verdammt ach knarf so den da drüben habe ich auch gefressen so stirb dann schauen wir uns doch mal da oben um wo ist das Skelett und ein Ghast wer du schon wieder fuck geh woanders spielen nicht hier nein so ist das nicht gedacht so ist das gedacht wow so Erfolg zurück zum Absender schöne Sache cool dass wir damit erwischt haben hätte ich nicht mit gerechnet hier ist Ende fuck was gibt es denn nicht hier dass hier irgendwo irgendwelche Warzen sind hier geht es nach unten hier gab es doch immer Warzen verflucht nochmal ach scheiße ich sollte essen nein 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 so sterben essen Sicherheit so wir haben gerade so ein bisschen die große A Karte das ist auch Ende das gibt es doch nicht ich brauche doch ich brauche diese verdammten Warzen die balance ich hier gerade sonst was aus dem Leib okay wir haben irgendwas zwischen Tag und Nacht gerade so schauen wir halt mal hier rein oh nein das ist der Gang Mann mir bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Wahl ich muss selbst nach unten gucken okay hat sich glaube ich gerade erledigt wo kommt die denn her so da gehen mir bestimmt wieder irgendwelche wow Lohnruppen durch die Finger aber egal 11 Stück haben wir das macht 22 Lohnstaub was uns bis jetzt eigentlich noch überhaupt gar nichts bringt weil wir keine einzige verdammte Warze haben und in diesem Komplex anscheinend auch keine Warzen existieren ich könnte da drüben nochmal gucken hier waren wir auch schon okay ich glaube das können wir vergessen Freunde also mit Warzen ist es hier sehr dünn besiedelt gut dann würde ich sagen wir steigern den Schwierigkeitsgrad halt noch ein bisschen und nehmen gar keine Eintränke mit scheiß drauf keine Neterwarzen keine Eintränke hau ich den Drachen so auf die Nase so wenn wir zurückkommen dürfte es dann gerade Tag werden so noch eine Festung sehe ich ja hier nirgendwo so Entschuldigung darf ich mal oh passen sie auf nicht dass sie runterfallen Idiot ich mag die Musik scheiß drauf war das echt so ein langer Weg naja so ab nach Hause so hier sind wir und es ist noch Nacht aber dort hinten wird es schon ein wenig heller dachte ich zumindest gerade so 38 mal schönes Zuckerrohr so so Kompass raus Uhr rein und gleich wieder Bücher gemacht und natürlich Zucker Zucker da rein so als nächstes brauchen wir die Leder dann können wir gleich wieder Bücher verzaubern Freunde 12 Stück tja ich wenn meine Kühe hier selber züchten könnte weißt du naja ach ich Idiot ich habe natürlich den Lapis vergessen Lapis Lazuli so und es wird Tag und dann würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder Tschüss